Hi, wir haben wieder eine tolle Veranstaltung für euch. Am 8. und am 9. November gibt es wieder Holzwerken Live, diesmal in Hamm in Westfalen. Wir haben jede Menge tolle Kursleiter dabei mit richtig spannenden Themen. Und am besten hört ihr mal selbst, was unsere Expertinnen und Experten da vorführen werden. Hallo zusammen, mein Name ist Guido Heng. Hallo, ich bin Matthias Wannwürth. Hi, mein Name ist Rauch Schmidt. Hallo, ich bin Mane Krause. Hallo, mein Name ist Melanie Kirschlechner. Mein Name ist Lam Hohens. Mein Name ist Dominik Ricker und ich möchte euch auf der Holzwerken Live zeigen, wie ihr Holz biegen könnt. Auf der Holzwerken Live zeige ich euch die bunte Welt der Beizen und Bühle. Und ich denke, ich werde euch ein bisschen was über diese Verbindung hier erzählen, wie ihr sie schneidet und wie ihr sie anreist. In meinem Workshop dreht sich alles in Handhobel. Bei Holzwerken Live geht es für mich diesmal um Maschinenmarke Eigenbau. Bei der Holzwerken Live wollte ich euch zeigen, dass es mit der Königin der Holzverbindung auf sich hat. Und auf der Holzwerken Live zeige ich euch meine besten Tipps und Tricks zur Oberfläche. Ich hoffe, wir sehen uns im Hamm. Ich freue mich auf euch. Ich freue mich drauf, auf euch zu sehen. Wir werden eine super Zeit haben. Ich freue mich auch drauf. Ich würde mich jedenfalls riesig freuen, wenn ihr auch dabei seid. Ich freue mich auf euch. Ich freue mich auf euch. Ich freue mich auch drauf. Ja, ich freue mich. Ich freue mich. Untertitelung des ZDF, 2020